Wählt der Spieler die Aktion Freier Markt, so darf er eine weiße Handkarte für drei Wassertanks verkaufen. Die verkaufte Karte wird anschließend unter den Kartenstapel der entsprechenden Kategorie geschoben. Alternativ kann der Spieler auch eine schwarze Karte vom Leo-Kartenstapel außer Dienst stellen oder zerstören, wodurch die Karte wieder den Handkarten zugeführt wird. Für diese Aktion erhält der Spieler eine bestimmte Anzahl an Wassertanks. Die Menge der zu erhaltenen Wassertanks ist variabel und muss ermittelt werden. Betrachte dazu die Standortkategorie der Karte in Form eines Buchstabens mittig am oberen Rand der Karte, welche du entsorgen möchtest. Konsultiere anschließend die Leiste der Ressourcenausbeutung der allgemeinen Kartenauslage. Prüfe dort, wie viele Siegpunkte derzeit für eine Fabrik der Standortkategorie verliehen werden, welche dem Produktbuchstaben deiner Karte entspricht. Jene Zahl Siegpunkte entspricht der Anzahl an Wassertanks, welche der Spieler erhält. Herr Karte im Rahmen Untertitelung des ZDF, 2020